Es ist der Big Mac, Mini-Burger. Toni, der Kamenreiter, Digga. Was glaubt, mein Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir Halal-McDonalds. Ich habe mich danach ersehnt, weil in Deutschland oder in anderen Ländern, wo es nicht Halal ist, können wir es leider nicht essen. Mit dabei ist der einzig wahre Mineralwasser-mischende Chemikant. Tööööööö, Mbappé. Toni, Sarabstatt. Der ist auch Bock. Halal, Bruder. Lass rein, starten. Doppel, 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 doppel Chili Cheese. Burgers. Freunde, unser Essen ist da. Saftig. Diese ganzen zwei Teller haben gekostet. Andi. Sagen wir am Ende des Videos. Auf jeden Fall ist der Chili. Toni hat ihn ja schon ausgepackt. Maximal trocken. Guck mal, ob er es ist, Digga. Ich finde das jetzt gut. Und fast bei der Frosstier einfach fast 4 Euro wieder. Aber ich schmecke gerne, die sich schmecken. Weil wenn der noch ein bisschen fresher oder wenn der Dings Käse geschmolzen wäre, wäre es auf jeden Fall nochmal besser gewesen. Wir haben noch safte Zwiebelringe am Start, Freds. Ich feiere in letzter Zeit Zwiebelringe. Und der ist wieder. Kann ich auch probieren. Kommen wir zum Pleitgewicht. Der ist es, der allbekannte Chebree. Das ist der Big Mac. Wieso ist da Cheese drauf? Ist auf Big Mac nochmal neu cheesy? Ja, klar. Oder diese Käse ist auch mangelbar. Zeig mal ein bisschen. Bearbeit, operier mal den Big Mac. Ich operiere ihn, Digga. Wie sieht das aus? Oder mit Lamprich, Digga? Er sieht schon trocken aus. Das muss dir nur schmecken, Digga. Vielleicht drückt der erst den Lücken. Kann man nicht haten, Digga. Nicht eigentlich. Ist der nicht trocken? Der ist auf jeden Fall okay, Digga. Ein bisschen Pommes rein, Digga. Digga, groß und ganz ist meinetwegen okay. Deines weiß ich nicht, Digga. Ich bin zufrieden, Digga. Das ist unfassbar. Das ist einfach teurer als in Deutschland, Digga. Oh no. Wir haben hier einen Mini-Burger. Du bist jetzt hautdämmig gar nicht auf Anka. Ist vielleicht noch ein bisschen trocken. Was haben die gemacht, Bruder? Die schmecken wirklich nach nichts. Maximal enttäuschend. Wir haben hier den Türkisch-Long-Chicken, kann man sagen, oder? Ich denke mal, Bruder. Der Türkisch-Long-Chicken sieht ganz trocken aus. Gibt euch mal, Janine. Was soll ich euch sagen? Die Unterseite. Macht doch wenigstens da Soße drauf. Macht doch wenigstens da Soße drauf. Aber egal. Also bis jetzt bin ich wirklich maximal enttäuscht. Aber vielleicht können die Chicken Nuggets das Ganze noch retten. So, Chicken Nuggets. Die sind gut. Immerhin eine gute Sache. Das ist schon saurig. Das Beste von heute bei McDonald's sind Chicken Nuggets. Fazit. Wie hat der Big Mac und Ding jetzt schmeckt? Der Cheeseburger. Auch wenn die Qualität jetzt nicht so komplett bestimmt hat, war auf jeden Fall gut. Man hat es vermisst, Friends, weil man es nur hier essen kann. Der Spaß hat insgesamt kostet 550 Liter. Sprich, um die 25, 27 Euro. Schon echt teuer für Türkei. Ich denke, hier in Deutschland ist es auf jeden Fall ein bisschen günstiger als hier. Ein Cheesy über 3 Euro kostet. 3,20 Euro oder so. 3,40 Euro. Das ist schon echt krass, ja. Ich gebe dem Essen eine 8 von 10. Ich gehe weiter zum Bruma-Pack. Ich sehe uns beide auf dem Riesenrad, Bruder. Oder auf dem Bullen. Freunde. Der Bulle gegen mich, Digga. Ich gehe weiter zum Bruma-Pack. Du bist, Digga. Ganz schön war doch mal, Digga. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Ich habe ihn. Ah, alles. Das waren die 3 Euro wert, Digga. Hast du das Stiel gebändigt? Ich glaube nicht. Mach ihn den Saft, Diggi. Ah, nein. Wer ist das? Oder ist nicht einfach, den zu gebändigen, den Bruder? Ich habe ihn Telefon. Ich habe ihn mit erlebt. Oh, wie? Mal sehen, wie geil das wird. Ey, nimm auf dich Bär auf, du gibst ein Recht von mir. Ja. Bruder, was geht hier ab? Geil. Bye, bye. Oh, Bruder. Geht's gut, gut. Geht's gut. Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Mann! Eroh Waha! Voll, ich habe auch sicher. Markus, herzlich willkommen. Mann! Allah, hat den Schmerz. Mann! 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 Geh ihr euch? Eheheh. Eierh. 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 Boah, mir ist komplett schlecht. Warte, wenn du das Video siehst. Boah, ich schwitze, das ist so echt gewesen. Ich schwöre, richtig geil gemacht. Aber mir ist voll zu übel, Digga. Diese Kreislaufsamer und so diese Filme, Digga. Alles für euch. Freunde, wie ihr gesehen habt, der Bulle hat mich maximal auseinandergenommen. Und nicht zu vergessen, dieses Gerät. Boah, bei diesem Gerät nix mir gar nicht gut. Ich hab ja wirklich Kreislaufprobleme bekommen, Digga. Ich hab maximal angefangen zu schwitzen. Und davor komplette Ladung. Die McDonalds gegessen, Digga. Mir geht's gar nicht gut. Eins, zwei Kotzen. Aber Alhamdulillah, der Berber hat einen stabilen Magen. Wer hat einen Kamel bestellt, Bruder? Ja, Semi, Semi. Semi. Benni mit mir habe? Ja. Benni mit mir? Mach ihn. Ja? Ja. Wir kommen mit ihm. Toni, der Kamelreiter, Digga. Mach ihn. Ist es angenehm oder nicht so? Fatma, Digga. Mit dem Hut, Digga. Wir wollten eigentlich nur zum McDonalds. Nassib, Bruder. Das ist unser Taxi heute, Abba. Wie gerne. Geh mir ab. Lambottini. Lama. Das war's mit dem Video. Abonniert den Kanal. Ich küss eure Herzen. Falls ihr noch mehr Alanya-Videos sehen wollt, lustige Videos, schreibt es gerne in die Kommentare. Lass mir ein Like, Abba da. Assalamu alaikum. Confrollez. Ich kien, B across die Weile. Ich kien, wie mit dem Video. Ich kien. Ich kien. Wir kommen zum Anal. Ich kien. Ich kien.